Kommen wir jetzt nach Österreich. Da stecken die Grünen zwar gerade in einer veritablen Krise, aber befassen sich natürlich auch mit sachpolitischen Themen. Dabei geht es um den Papamonat, den es seit Anfang März gibt und in dem Männer, die in den ersten drei Monaten nach der Geburt ihres Kindes zu Hause bleiben, 700 Euro bekommen. Gehen sie dann allerdings auch in Karenz, wird ihnen diese Summe wieder abgezogen, was die Grünen kritisieren. Eine gute Beziehung zum Baby und Hilfe für die junge Mutter, das ist der Sinn des Papamonats. Diesen neuen Familienzeitbonus lässt sich der Staat für maximal 31 Tage bis zu 700 Euro kosten. Allerdings für die Grünen völlig inakzeptabel. Geht der engagierte Vater später auch in Karenz, werden ihm genau diese 700 Euro vom Papamonat rückwirkend gestrichen. Im öffentlichen Dienst dürfen Väter schon seit einigen Jahren in Papamonat gehen. Insgesamt nützen aber nur 16,7 Prozent dieses Angebot. Am aktivsten sind die Mitarbeiter des Verwaltungsgerichtshofs mit 60 Prozent. Im Bereich Familie und Jugend sind 50 Prozent auf Papamonat. Schwach hingegen die Männerbeteiligung im Verteidigungsministerium. Nur 13 Prozent der Soldaten machen offiziell Babydienst. Ganz schwach ausgerechnet das Bildungsministerium. Dort gehen scheinbar recht wenig Lehrer, nämlich nur 10 Prozent auf Papamonat. Nach Ansicht der Grünen insgesamt eine schwache Leistung, vor allem der Regierung. Und daher finde ich 16,7 Prozent eigentlich nicht genug. Ich hätte gern, dass mehr Väter die Möglichkeit haben, bei den Kindern zu bleiben, dass sie diesen Rechtsanspruch haben und auch eine finanzielle Absicherung. Obwohl in der Privatwirtschaft, anders als im öffentlichen Dienst, kein Rechtsanspruch auf den Papamonat besteht, hofft die Regierung, dass in Zukunft deutlich mehr junge Väter bei ihrer Familie daheim bleiben.